Hier habe ich das genau richtige Messer für den defensiven Ansatz für die Selbstverteidigung. Es ist ein Cold Steel Burden Game, relativ schönes flaches Messer mit einem Finger drin, somit sehr sehr sicher zu ziehen. Du weißt auch immer, wo deine Klinge ist, gerade für diese Selbstverteidigung sehr schön. Es ist aber ein Jagdmesser. Gedacht, ich schneide am Bild, muss dann arbeiten, zum Beispiel das Feld mit den Händen wegziehen und dann lasse ich das Messer an der Hand runterhängen. Kann dann arbeiten und wenn ich wieder schneiden muss, wechsle ich halt das Messer wieder in die Hand. Wie gesagt, es ist ein schönes Messer, in der Hinsicht, ich finde es auch super spannend vom Preis her, 33 Euro. So, kommt mit einer Secure X-Scheide, die habe ich jetzt hier mit ein bisschen Flexkord am Gürfel festgemacht. Kann man sehr schön führen, ist sehr flach, auch am Körper, ich trage es gerne im Crossdraer. Ich habe da einen Artikel dazu gemacht, im Blog zum Crossdraer, das setze ich euch unten in die Beschreibung. Und auch, ich habe auch einen Artikel im Blog über das Crossdraer, das setze ich euch auch nochmal runter in die Beschreibung. Ich finde es cool, immer gerne dabei und wenn das mal verlierst bei 30 Euro, ist es relativ egal.